Was soll denn die Scheiße? Oh, au! Heike, mit dem hässlichen Niki sind sie ganz schön beschissen aus, Käpt'n. Was soll der Scheiß hier, Mensch? Ich war gerade auf dem Topf. Meine Schwimus sitzt noch in Arschersleben rum, Mensch. Ja und, Mama? Ich sollte die abholen. Na gut, was ist los? Sie wissen schon. Gestehen Sie die Scheiße? Was für eine Scheiße? Die Geschichte mit dem Cockpit. Sie haben sich nämlich verraten. Doch, ist denn alles, Jochen? Wie bitte? Alle haben Sie mich verdächtigt. Ich hab langsam die Schnauze voll, dass die mich Wessi genannt haben. Ich habe für Leimer überhaupt nicht gemacht, Marianne. Überhaupt nicht, Mensch. Tun Sie das Richtige, Jochen. Wir haben Karls Barters Schnittereste auf dem Klodeckel gefunden. Und niemand liebt Karls Barters so sehr wie Sie, Jochen. Und eine Sibylle lag daneben. Und eine feuchte Taschentuch. Wo ist, Jochen? Okay, Mann. Sehr recht. Ich habe ins Cockpit gejachtelt. Und ich werde es wieder tun, wenn es sein muss. Und in Sternburg haben Sie auch getrunken, oder? Das hab ich gerochen. Es war nicht eins, es war ein Kasten. Ich mache keine halben Sachen. Ich war bei der FDJ. Los, Leute. So, jetzt aber Palermo. Auf geht's. Holt die Gassen. Ich will doch Bananen kriegen. Okay, jetzt Mal plus lecker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017